Eskalation Hallo und herzlich willkommen zu Need for Speed Underground 2 Heute mal mit etwa einer etwas anderen Folge, denn heute bin ich in Rage Mode Ja und jetzt geht es erstmal in den Explore Modus Was machen wir da? Wir stampfen niedere Gestalten in den Boden Ihr habt richtig gehört, heute werden alle Minderheiten hier fertig gemacht Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass das hier gesagt hier im Video nicht ernst gemeint ist Und ich nichts gegen irgendwelche anderen Religionen oder Glaubensrichtungen habe Äh, ja, was ist ziemlich dasselbe Nein, ich habe nichts gegen Irgendwelche Ausländischen Freunde oder sonst irgendwelche Menschen Aber ne, es geht weiter Ja, und jetzt, der Penner, der wäre uns fast reingefahren Was soll denn der Scheiß? Und zwar zu so einem verkackten Street X-Rennen Und davor noch zu einem Rundcourse-Rennen Ja, habt ihr richtig gehört? So ein Scheiß hier Und, der nächste Wichser hier Noch einer Noch einer Noch einer Scheiß Ami ist hier Ich kann doch überhaupt nicht fahren Jetzt stellen sie sich nur noch einen Weg Was soll denn der Scheiß? Und ich bin über den Parkplatz gefahren Na und Jetzt hier Dagegen Was soll's Ist mir scheißegal Heute ist Rage-Mode-Time Hööö Scheiß Wichser dort vorne Ja, komm Verpiss dich aus meinem Gebiet, Junge Ja, Nitro Scheiß Powerslide, Junge Scheiß Rundkursrennen Soll'n der Kack Und? Jetzt sind wir nicht mal Erster, oder was? Scheiß Lappen hier Oh, die Penner, ey Kommt der nächste Belege Na, die geht die Chance gegen mich Fick die Leute dort Soll'n der Scheiß Wenn sie mich schon versuchen zu geholen, bring ich sie um Wie macht man das nämlich bei uns hier? Leute umbringen So läuft das Was ist denn das hier für ein verkacktes Strecken-Design? Hier müsste eine Brücke sein Die sonst fahrbar ist So'n Scheiß Hier steht uns einer im Weg Straßensperre, oder was? Sind wir bei Need for Speed Most Wanted? Rotzier Jetzt kriegt man fast nicht mal die Kurve Und jetzt war noch ein schöner Powerslide Was soll's? Nächste hier Jump Mit unserer Dreckskoche Zeit, dass wir hier ein TT kriegen Scheiße hier Und da jetzt mal irgendwie irgendwo dagegen fahren Was schon wieder? Scheiße hier Hier Mach das erstmal nach Schlümpfe dort Blaue Mist gebohren Die Kurve hier Der nächste Scheiße Scheiße Transporterfahrer Noch einer Hier Ich behaupte nein sowas Solche Leute, die mal die Straße blockieren Hier fast schon wieder Oh nein, reingefahren Was soll das jetzt? Fotzier Du kommst nicht an mir vorbei Hier Sekunde, oder was? Spinnt wo? Komm, gib mir Nitro Ich will Nitro haben Hier Lappen Und da ist er Der Sieg hier Stimmt das Ding Meine Fahrkünste Die lasen wieder zu wünschen übrig Das ist genauso wie mein AIM Bei COD Mit KD von 0,79 So ein Scheiß Scheiß Camper und NoobTuber immer Die Mist Die Mist Können sich eigentlich aus dem Spiel Verpissen Und hier Der nächste Nächste Wichser hier Sollen der Scheiß Hier Der nächste Die kommende Sekunde Bin ich um die Kurve gefahren Oder was? Hätte ich fast nicht gekriegt Die Kurve Das war extrem knapp Den springe ich rein Nee, doch nee Martin Du Sau Jetzt hast du was gekriegt Und ja Gewonnen 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 Hier Das so muss es laufen Titelbild Neues Fahrwerk Die Mistkarriere Wasch in die Richtung Das Geld Habe ich das nicht vorher gekriegt? Wo soll das andere Rundkurs rennen? Da Nitro Nitro Geh hoch Power Slides Was hier Verkackt Toll J2 Und den Gena Machen Heute Super K.I. Drei Zwei Eins Ja Ich muss mal kurz weg Ich muss meiner Mutti was mit reintragen Fuck ja Reiteres Rundkurs rennen Vom Orlton Ich geh bloß im Orlton Von du und der Halfman Trau dich Mann Verloser Zimmerplatz Ich geh zertes ab als auf dem Glant Setz deine Golo Du kriegst deine Schreckengatt Der war hier der Post Scheiß Ausländer Mach ich fertig Gucken wer euer Platzer ist Golf GTI vorhin ist mit dabei Na drei Ordens Erster Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Ich muss schon noch bremsen Super für das Fahrvermögen von mir Super für das Fahrvermögen von mir Soll ich so viele Vielleicht wieder Lenn Der Rennfahrer Gott Und rechts herum Oder links herum Aber links herum Scheiß Penner dort Stadtverkehr hier Schönen Schön die Kohle genommen Und Was brennt mir das? Ich bin auch nicht von doofen Doch Aber Power-Slide sind wir auch nüch'n! Wir holen uns immer noch länger! Zwei Sekunden sind das nicht immer! Nicht immer zwei Sekunden? Was soll'n das? Das kann doch nicht so gut sein! Warum ist das Rennen so lang? Amnächst bin ich ja nicht dagegen gefahren, sonst wäre der Rage-Mode möglich gewesen, wenn wir das Headset absetzen müssen, dass ihr das nicht so laut hört! Rechts, Korwe!